Ja und herzlich willkommen zu einem neuen Reaktion hier auf dem Kanal. Heute geht es weiter mit einem anderen Video von Assassin's Creed Mirage, das gerade heute frisch veröffentlicht wurde bei der Gamescom Opening Night Live mit dem Titel Die Runde Stadt von Bagdad. Da ich den Livestream verfolgt habe, habe ich das Video allerdings schon gesehen, aber wir reagieren jetzt trotzdem noch darauf und schauen es uns nochmals an. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich ins Video hinein. Bagdad 9. Jahrhundert Die Runde ist von der Runde. Die Runde ist von der Runde. The Cup ist von der Runde. Die Runde ist von der Runde. Ich weiß, dass ich immer wieder zurückgekommen werde. Wir sind in der Runde. Wir sind in der Runde. Ich habe viele Menschen in dieser Runde. Die Runde ist von der Runde. Es wurde ja auch gesagt, dass das Spiel mit einer Voice Over kommt im arabischen Stil. Also Full Voice Over in Arabisch. Was ich ziemlich cool finde. Wahrscheinlich werde ich das dann auch so spielen, weil das einfach so ein bisschen mehr ins Setting hineinpasst. Ich finde sowieso, ich sollte ein bisschen mehr darauf achten, welche Spiele ich spiele und was für ein Setting die Spiele haben. Um das Ganze einfach noch ein bisschen mehr authentischer zu machen. Von daher werde ich das wahrscheinlich so spielen mit deutschem Untertitel. Mal schauen, aber ich finde es passt irgendwie ziemlich gut. Ganz zum Schluss! Ich weiß nicht, dass nicht die Spiele im Dor Gue Guess aufz e쟁en. Ich habe aber nicht geerei. Das bin ich total基本 ist zum Schluss, Nonnen. Böden wir Pilzen und Gauch, wir haben. plantierens Sicht in den someday der Kast rotates. Das berggeblende. executioner atra Vader befindet sich jung. weil es richtig gut gibt. Das ist ein bisschen anstrengender, aber mal schauen. WTF? Ist das ein antiker Flammenwerfer? Die Stadt sieht wirklich mega gross aus. Es ist ein Squid Mirage, pre-order now. Ich finde es nice, immer wieder mehr vom Spiel zu erfahren. Und neue Eindrücke zu bekommen. Eigentlich kann ich immer nur wieder das sagen, was ich schon oft gesagt habe, dass das Spiel einfach grossartig aussieht. Und ich bin wirklich gespannt, wie es sein wird, das zu spielen. Und auch die Stadt sieht, wie gesagt, ziemlich gross aus. Ich glaube nicht. Ich weiss, das wird ein gutes Spiel werden. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht ja schon beim Spielen von Assassin's Creed Mirage. Wer weiss. Wir werden sehen. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.